Hallo und herzlich willkommen bei Watt24, Ihrem Online-Shop für professionelles Licht. Mein Name ist Marco Avella und heute habe ich für Sie die drei verschiedenen Varianten der Deckenleuchte Zyplin Blanco mitgebracht. Ich will Ihnen heute einmal die Unterschiede der verschiedenen Leuchten zueinander zeigen. Zum einen wäre da die einfache Blanco E27, dann die Blanco LED mit integriertem LED-Leuchtmittel und schließlich sozusagen die Premium-Version, die HF Blanco LED. Sie hat neben dem integrierten LED-Leuchtmittel auch noch einen integrierten Bewegungsmelder und sogar noch ein Notlicht. Beginnen wir allerdings zunächst einmal mit der Blanco E27. Sie ist sehr einfach und sehr günstig. Die Abdeckung ist aus Glas und der Boden aus Kunststoff. Sie erfüllt die Schutzart IP20, ist also nur gegen Berührungen geschützt und bietet keinerlei Schutz gegen Wasser und ist deshalb auch nur für innen verwendbar. Ein Leuchtmittel ist bei dieser Leuchte nicht enthalten. Das hat aber den Vorteil, dass sie frei bei der Wahl des Leuchtmittels sind. Die Vorteile der Blanco E27 sind also ihr günstiger Preis, denn man hat mit einem günstigen Leuchtmittel wie zum Beispiel der Narva Halogenlampe hier eine komplette Decken- bzw. Wandleuchte für unter 20 Euro. Durch die Wahl des Leuchtmittels ist sie außerdem dimmbar. Welche Art Leuchtmittel geeignet und zu empfehlen sind, können Sie sich in unserem Produktvideo zur Blanco E27 hier ansehen. Schauen wir uns nun die Zyplin Blanco LED etwas genauer an. Sie ist schlagfest nach IK07 und damit sehr robust. Ihre Abdeckung ist aus bruchsicherem Polycarbonat, der Boden aus Metall. Außerdem erfüllt sie die Schutzart IP44 und ist damit auch gegen Spritzwasser geschützt. Das heißt, sie können sie auch draußen in einem überdachten Bereich verwenden. Sie hat ein integriertes LED-Leuchtmittel und bringt einen Lichtstrom von 650 Lumen bei einer Leistungsaufnahme von 10 Watt. Sie erreicht so eine Energieeffizienz von knapp 68 Lumen pro Watt. Allerdings ist die Leuchte nicht dimmbar. Ihre Stärken sind also die energiesparende LED-Technik sowie ihr robustes Äußeres. Und kommen wir nun zur größten Version, der HF-Blanco LED. Zunächst einmal hat auch sie eine bruchsichere Polycarbonatabdeckung und ist schlagfest nach IK07. Der Boden ist aus Metall. Hier ist die Dichtung und die Leuchte erfüllt die Schutzklasse IP44. Sie hat allerdings noch einiges mehr zu bieten. Sie hat einen integrierten Hochfrequenzsensor mit Dämmerungsschalter. Sie kann damit einen Bereich von bis zu 8 Metern erfassen. Durch den integrierten Dämmerungsschalter kann außerdem individuell festgelegt werden, ab welchem Lichtschwellenwert das Licht angeht. Dadurch ist sie natürlich noch energiesparender, da das Licht nur dann angeht, wenn es wirklich auch gebraucht wird. Außerdem hat sie ein Notlicht, welches mit Hilfe des eingebauten Akkus bei einem Stromausfall 3 Stunden lang für Beleuchtung sorgt. Sie ist damit perfekt für Anwendungen geeignet, bei denen eine Notbeleuchtung vorgeschrieben ist. Mit ihrem integrierten LED-Leuchtmittel bringt sie einen Lichtstrom von 2000 Lumen bei einer Leistungsaufnahme von knapp 21 Watt. Damit hat sie eine Energieeffizienz von 95 Lumen pro Watt. Die Leuchte ist allerdings nicht dimmbar. So, nun wollen wir uns die drei Leuchten natürlich auch in Aktion anschauen und gehen dafür gemeinsam rüber. Wir haben die Leuchten jeweils an die Decke direkt an der Wand montiert, um so die Lichtverteilung besser sehen zu können. Zuallererst haben wir hier die Blanco E27. Als Leuchtmittel haben wir die Narva Halogenlampe mit 42 Watt verwendet, die sie auch bei uns im Shop finden. Und hier im direkten Vergleich nun die Blanco LED. Sie hat eine gleichmäßigere Lichtverteilung und man sieht deutlich ihren höheren Lichtstrom. Und hier haben wir nun die HF Blanco LED. Sie bringt mit ihren 2000 Lumen natürlich ordentlich Licht in den Raum. Das integrierte Notlicht übernimmt dann bei einem Stromausfall für bis zu drei Stunden und sieht dann so aus. Ein separates Produktvideo zur Zyplin HF Blanco LED finden Sie übrigens auf unserem Kanal. Achja, wir haben da ja noch etwas für Sie und zwar einen 5% Gutschein für Ihre Zyplin Blanco LED Leuchte. Alles was Sie dafür tun müssen ist, klicken Sie einfach hier oben auf diesen Link und es öffnet sich ein neues Fenster, in dem dieses Video nahtlos weiterläuft. Allerdings auf unserer Homepage, wo dann auch Ihr 5% Gutschein für Sie bereit steht. Na, haben Sie schon geklickt? Und nun zum Abschluss die Daten der drei Leuchten noch einmal schön zusammengefasst im Vergleich. Der Energieverbrauch der Blanco E27 hängt vom eingesetzten Leuchtmittel ab. Die Blanco LED nimmt 10 Watt und die HF Blanco LED nimmt 20 Watt auf. Der Lichtstrom hängt bei der Blanco E27 auch vom gewählten Leuchtmittel ab. Die Blanco LED bringt 650 Lumen und die HF Blanco LED ganze 2000 Lumen. Die Energieeffizienz ergibt sich bei der Blanco E27 natürlich auch über das eingesetzte Leuchtmittel. Die Blanco LED hat 68 Lumen pro Watt und die HF Blanco LED 95 Lumen pro Watt. Die Blanco E27 ist abhängig vom gewählten Leuchtmittel dimmbar. Die Blanco LED und die HF Blanco LED sind beide nicht dimmbar. Die Lebensdauer bei der Blanco E27 ist natürlich vom eingesetzten Leuchtmittel abhängig. Die beiden anderen Leuchten haben eine Lebensdauer von 35.000 Stunden. Allerdings ist das Leuchtmittel fest integriert und nicht austauschbar, sodass bei einem Defekt die ganze Leuchte ausgetauscht werden muss. Die Schutzart bei der Blanco E27 ist IP20, bei den anderen beiden Leuchten jeweils IP44. Die Abdeckung bei der Blanco E27 ist aus Glas. Die anderen beiden Leuchten haben eine Polycarbonatabdeckung, die Schlagzehe nach IK07 ist. Das heißt sie halten Stöße bis zu 2 Joule aus. Der Leuchtenteller ist bei der E27 aus Kunststoff und bei den anderen beiden aus Metall. Einen integrierten Sensor hat nur die HF Blanco LED. Gleiches gilt auch für das eingebaute Notlicht. Das nur die HF Blanco LED hat. Die Maße sind 285 mm Durchmesser und 100 mm Höhe bei der Blanco E27, 300 mm Durchmesser und 105 mm Höhe bei der Blanco LED und 380 mm Durchmesser und 120 mm Höhe bei der HF Blanco LED. Nochmals kurz die Hauptvorteile. Die Blanco E27 ist sehr günstig und flexibel in der Wahl des Leuchtmittels. Die Nachteile. Ihre Lichtverteilung ist nicht so gut wie bei den größeren Modellen und sie ist nicht so robust wie die großen Varianten. Bei der Blanco LED sind die Vorteile ihr sparsames LED Licht, ihre gleichmäßige Lichtverteilung und ihre robuste Bauart. Die Nachteile sind sie kostet natürlich mehr als die Blanco E27, das Leuchtmittel ist nicht austauschbar und die Leuchte ist nicht dimmbar. Bei der HF Blanco LED sind die Vorteile sie ist sehr energieeffizient, sie hat einen integrierten hochwertigen Sensor und ein eingebautes Notlicht. Also wirklich die Premium Version der drei Leuchten. Die Nachteile der HF Blanco LED sind sie kostet am meisten von den drei Leuchten. Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar, sie ist nicht dimmbar, allerdings ist sie mit ihren Eigenschaften auch ein ganz anderes Kaliber. Anwendung finden die Leuchten vor allem in Korridoren, Garagen, Abstellräumen, Kellern, Vorräumen, Treppenhäusern und so weiter und so weiter. Die HF Blanco LED ist dank ihres Notlichtes zusätzlich für Fluchtwege geeignet und kann gerade in Unternehmen, öffentlichen Gebäuden und dergleichen Anwendung finden. Und sollten Sie nur noch weitere Fragen zu den Zyplin Blanco Leuchten oder ganz allgemeine Fragen zum Thema professionelles Licht haben, so können Sie sich natürlich jederzeit gerne per Telefon-Chat oder auch Live-Präsentation an uns wenden. Denn wir von Watt24 lassen Sie nicht im Dunkeln stehen! Watt24